Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Sparky, wir müssen dir ein paar neue Klamotten besorgen Zieh das wieder aus Ich liebe es Nein Es ist ein Versuch wert Warte, ich Lass mal sehen Daraus kann man was machen, Kumpel Echt Das sieht cool aus Lisa Warst du das mit dem Badezimmerspiegel? Letzte Nacht Sag dich doch Dein Dad wollte dir einen Vertrauensvorschuss geben, aber Ich wusste es Ich weiß es immer Ich bin eine IP Eine intuitive Person Ich hab sogar ein Seminar besucht Sehr nett Tut mir echt leid, dass du einen Stromschlag gekriegt hast Nichts passiert Lass uns quatschen Wie gefällt dir Brookview bis jetzt? Ganz okay Genauso wie meine alte Schule Und bist du scharf auf irgendjemanden? Komm schon Lisa Lisa Lisa, 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 Lisa Michael Trent Ich weiß nicht, wer das ist Er ist der Chefredakteur vom Greco Du weißt schon Das High School Literatur Magazin Ist der draußen oder in der Mensa? Draußen Burger King oder White Castle? Keins davon Und hat er mehr so ein Basketballbody oder ein Footballbody? Sport ist nichts für ihn Er ist metaphysisch Er sitzt im Rollstuhl? Wer hat er? Nein Da ist ein junger Mann Ich hab mit ihm gesprochen Ich wünschte, ich wäre bei dir Das ist wirklich weird, Lisa Oh mein Gott Es hat geklappt Taffy sagt, es sei Zeitverschwendung einen Jungen zu verändern Es ist besser, seine Schwächen zu akzeptieren Oh, das ist so süß Ich kann das nicht Erst muss die Leiche hier weg Ich hoffe diese Grufti-Faser ist bei mir Bis zum nächsten Mal.